Jo, herzlich willkommen zurück, zweite Folge, wir sind immer noch am gleichen Tag und es ist abends, es ist Nacht, meine Herren und Damen, mit den Apu, mit dem Tobi und den Pommes und hier wimmelt es schon von Zombies und die Fetten sind hier draußen richtig doll, haben wir, ähm, jetzt geht's los, die Geballer, die Ballerei mal nicht. Einen hab ich, ich hab jetzt gerade mal eben, äh, welche zusammengecraftet hier, so ne komischen Bögen, äh, nicht, nicht Bögen, sondern Crossbows, also quasi Pfeile, da will jemand, wer schießt mit mir, ah, Tobi an meiner Seite, warum laufen die im Kreis hier, Alter, ist das verbuggt, oh Mann ey. Jetzt kommt der Dicke, der Dicke kommt, Alter, Alter, du musst nicht runterfallen hier, bin ich tot. Ey, die Dicke, die rennen hier außen rum, ne? Ich hab geschichtlich. Da hat noch irgendjemand Gras in der Tasche. Gras, Junge, na klar, ich hab Gras in der Tasche. Willst du haben? Wo ist denn? Unten? Ja, gut. Das kommt eben runter. Warte. Ich leg's dir rein, ja. Jo. So. Jo. Mann ey, diese verfuckte Scheiß. Pissi hier. Ich komm hier nicht hoch, ne? Äh, wo ist denn die Leiter jetzt hier? Ich hab' ja noch Steine. Ne. Ich wollte mich die ganze Zeit Farmer gewesen. Ich hab' noch Steine. 60 verarbeitete. Scheiße, bräuchte doch. Ich fragte hier nicht eigentlich nichts rein, weißt du, bräuchte, da. Oh, die Federn auch schon sind. Das ist jetzt hier Ruhe, Alter. Oh, da hinten ist einer. So. Haus ist erstmal saved. Stöcker hat nicht zufällig gemacht, ey. Ja, ich hab' noch Stöcker. Ich hab' noch Stöcker. Kannst du aber auch aus Holz machen, ne? Echt? Die liegen hier vorne in der Kiste. Wunden Dings, ne? Hier, hier, Tobi. Ja, ich erklär dir mal kurz. Die Wunden Plank. Einfach in die Mitte ziehen. Und dann kannst du daraus Sticks machen. Wer hat denn hier? Das hab' ich gemacht. Wenn die Zombies die Tür aufmachen, äh, kommen die nicht direkt rein, dann kannst du direkt noch drauffeuern. Dann halten die noch ein bisschen auf. Das meiste bei der Zelle ist wieder weg. Was ist das für ein Sound? Ja, das ist hier. Ja, ich versuche gerade seinen Schlafsack zu nehmen, aber geht nicht. Doch. So, hier nach. Wenn's hell ist, erstmal Holz und Stein fahren, ne? Ja. Ich hab' jetzt ne Spitzhack und ne Axt. Die Nacht ist ja gleich vorbei. Ja, Gott sei Dank. Äh, sieht der da draußen irgendwo Zombies? Nee, ne? Ehe nur. Nee. Mach grad wie ein bekloppter Teile. Oh, den einen hab' ich grad erlegt. Ja. Dann ist ja gut, dann kann ich ja das Ding hier wieder wegnehmen. Ah, ich brauch' noch einen Kaffee hier. Ja, ich auch, ich hab' Durchfall. Ah, du brauchst Tee, ne? Geht denn live runter, ja, ne? Ja, ich hab' ja. Nee, lieber Kaffee. Nee, Kaffee geht nicht. Ich glaube, du musst, wir müssen Tee basteln. Ich hab' einen richtig fetten Arsch, das seh' ich grad mal. Wie war's nochmal einsichtig, der erste Weg zur Besserung? Ja, wo sich kann nix ändern, ne? Ja, aber weißt du bescheid, was du nachher zu tun hast? Einmal hier ums Wintergebiet joggen, ne? Läuft. Ich werd' einen Zombie irgendwo. Ich bin noch schnell auf gar, ich hol' nochmal einen Kaffee. Ja. Guck mal, die Stöcke sind sogar blutig. Ein P-Gas. Ja. Das hängt nicht in der Luft, Alter. Latsch bauen. So. Ah, hier unten ist einer. Cool. Zu spät. Vor allem hat er sich da durchgeschlichen. Der Apo hat nämlich alles voller Stöcke gemacht, dass da keiner durchlatschen kann. Achso, das war nicht der Apo. Achso, der Pommes war das. Lustig doch. Alter. Wart, echt? Ich seh' jetzt erstmal grad, wie weit du das gemacht hast. Kranker Scheiß. Ja, ich glaube, das war die Nacht. Das war die Nacht, ja. Etwas schnell. Aber sonst geht's. Sollten wir uns langsam mal irgendwann dann auf den Weg machen. Ähm, und, und, und. So eine Stadt mal looten gehen wir. Ah, es wird hell. Es wird hell. Da oben ist eine Wespe über uns. Du willst jetzt gleich schon los in der Stadt looten, ne? Ja. Na gut, ich werde jetzt noch ein bisschen Stein fahren gehen und... ... haben wir mal ein bisschen Holz noch. Und dann geht das los hier, geht das scharf. Ich hab schon mal einen Zombie gehört. Aber alleine, Alter, stelle ich mir das auch ganz schön schwierig vor, ne? Ach, das ist los, ja. Gerade jetzt bei so einer Position. Eine Leder-Couch-Ganze bauen und was nicht alles, Alter. Oh, wie macht man eine Lump of Clay? Ähm, da brauchst du erst mal Leben, ne? Kennst du es doch. Gibt es am Wasser, das Leben. Ach so, okay. Oh, boy, oh, Bolt. Irgendwo, ja, müssen wir diese Riffel-Bolt und so'n Scheiß-Hack kriegen alle. Oh, okay. Das war's für heute. Läuft, läuft, läuft. Wollen wir denn heute schon losgehen oder was? Abo, was hast du? Zusammen durch die City? Das ist ein Nightstand. Also erstmal sollten wir noch ein bisschen was zu essen und so holen. Hier organisieren, damit wir nicht ganz so nackig losgehen, oder? Ja. Wo ist denn die Kiste? Oder was? Oder was? Kiste? Ähm, gib einfach mal ein Storage oder so. Wo findest du die? Ach, hier. Alter, hier retten schon wieder ein Typ. Wer ist das? Ach mal. Boah. Äh, ist ja schön, dass du so weit ausbaust, aber du weißt, dass der Sicherungsstein nur eine bestimmte Reichweite hat, ne? Ja. Das heißt, was du hier außenrum alles baust, kann alles vom Gegner eingeschlagen werden. Ja, die Pieker. Hä? Ne, auch das hier, was hier außenrum ist. Das passt, aber... Nein, du hast nur... vom Sicherungsstein hast du drei Blöcke nach rechts, nach links. Wer hast du nicht? Alles wär gut. Ich guck jetzt einfach selber mal. Ich hab da noch so'n Stein. Proboper. Wenn du dein Buch Kick plotstück vorhältst, sagst du dir вр. Am Blick. At und berater beim Notfall. Kilometer runterblattst. Nichts jemanden eine Art und Komplett slipkirchen. Das war's. Da fällen da drüben Bäume. Ja. 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 Haben wir denn noch Tierfleisch da, das wir kaufen können? Glaub nicht. Wir öffnen ja draußen schon wieder rum. Achso. Ich hab von dem Toten hier das Zeug gerade eingesammelt. Hat er was bei ihr, vernünftigt? So ein bisschen essen und trinken und so einen komischen Stein da. Security-Stein oder was? Weicherstein. Kannst du den eigentlich zu wem mal nutzen? Ja klar. Den kannst du sogar in Airdrops finden. Okay. Das hört sich immer an, Alter. Du scheiß Wiener, Alter. Ich guck hier gerade so beim Crafting-Menü. Äh? Wie hier, Alter. Hier ist purer Winter, ey. Und die Bienenflüge und so weiter. Na gut. Mein Mann ist gleich, ne? Wüste hier. Die macht quasi kurz mal einen Abstecher in die neue Welt. Was mach ich mit einem Press-Caddle-Stick? Was sind's euch? Press-Caddle-Stick. Was ist das? Wie sieht das aus? Sieht aus wie, ähm, ne Shisha. Wie was? Wie ne Shisha. Wie ne Ahnung. Achso. Nö, das weiß ich gar nicht. Ne Gelbe? Ja, geil. Die Tür ist ja super gebaut. Die Tür ist ja super gebaut. Die Tür ist ja super gebaut. Ja, ein Türknopf. Ich weiß nicht. Steine, Steine, überall Steine. Wie sieht ein Leben aus? Clay. Einfach reinhauen. Auch so. Ja. So wie du es kennst. Hier, das sieht aus wie, ähm. Haben wir denn schon einen Forge? Ja, ne? Ja. Wie lange muss man da auf dem Boden kloppen? Eine Weile. Aber mit einer Schippe geht das einfacher. Da hab ich. Clay. Huuu. So, Steine hab ich dann schon. 110. Alter, was brauchst du denn jetzt hier mit Boden, äh? Ja. Äh, ich fang nicht in der Etage an, wo ihr jetzt seid. Ich fang in der Etage Tiefe an. Weißt du? Ja, ich weiß sowieso nicht, warum du jetzt hier noch extra ein Gebäude ran baust, so. Weil das mit deinen Maßen da nicht passt, weil du da einen Speicherstein machen musstest. Weil ich kann dir jetzt mal zeigen, bis wohin, äh, ich grad mal bauen kann. Das nun grad mal bis hier hin kann ich ausbauen, weiter nicht. Und wenn du mal guckst, wie breit du das gemacht hast, so weit geht der Speicherstein gar nicht. Aber das versuche ich dir hier zu erklären, aber... Naja, ich sag da rein. Also das, was du da machst, das können auf jeden Fall, wenn ein Gegner kommen, äh, wenn sie da rein wollen... Ja, dann machen sie das, Kollege. Das ist wegen Zombies und nicht wegen irgendwas anderem. Aber wegen Zombies hätte ich was anderes hingesetzt, aber naja. Kann man das Baumstämmen nämlich vernünftige Fallen bauen. Alter, wie kommst du denn jetzt hier hin? Hier. Ich hätte gerne noch einen Garten. Mach das vernünftig draußen. Ich kann leider keine Tür da rein setzen. Keine Ahnung warum. Gib mal die Tür her. Weiß nicht, geht. Nee? Du musst da drunter, musst du eine Frame haben unten an der Tür. Ach so. Ah, okay. Eine Frame. Dann kannst du mal ein Loch buddeln, ich hab noch eine Frame da. Ich soll ein Loch buddeln? Oh. Ja super. Mann. Moment. Ähm, Loch. Wie tief? Ein Frame. Hier, hab ich jetzt gemacht. Top. Geht jetzt? Ja, weiß ich noch nicht. Wow. Achtung, da kommt eine Wespe. Aua. Der Retter in Not hat den Tobi geholfen. Danke. Geht. Dafür machst du mir, äh, eine Pickaxt. Hey. Matajewa. Grüße. Na siehste, geht doch. Läuft doch mit dir. Mach das vernünftig jetzt hier. Ich weiß nicht denn, da ist die cobra. Ja. Insofern. Ja. Insofern. Ja, wie lange. Anden. K Schoen. Eine. Suck it. Na, Tobi? Warum machst du sowas? Es kann... auch Lehm. Na, hier gibt's doch noch Lehm, oder? Ja, ich buddel hier auch schon. Alles ab hier. Vielleicht gibt's hier unten Eisen, Alter. Eisen liegt doch hier überall rum, die fetten Steine. Ja, aber vielleicht finden wir richtig Eisen. Ich glaub, nur noch mehr Leben. Das macht so lange, bis wir nicht mehr rauskommen hier. Dann werden wir hier sterben. Wespe? Oh, äh... Wespe, Alter. Was ist das denn? Wo ist der AirDrop? Da! Da hinten, der schmeißt was ab! Ja, wo denn? Das weht dreimal, Alter. Da gibt's bestimmt PvP. Ja, renn mal hin, du. Ich nicht. Ich renne hin. Ja, ich komm mit. Ja, ich komm mit. Ich hab so viele Sachen bei, Alter. Egal, ich auch. Komm jetzt. Nee, warte mal, Alter. Scheiße, ich hab nichts zu essen, Alter. Ich komm, egal. Nee. Nee, ich bin gleich tot. Fällt mir rein. Na gut, dann renn wir nicht hin. So, Apo, wie mach ich denn aus Clay jetzt hier so ne Mulden-Dinger da? Äh, hast du jetzt den Leben abgebaut? Ja, reicht nicht. Hast du gecrafted? Nee. Muss nur machen. Legst du in der Mitte und drückst craften. Ah. Danke. Alle verfressen hier. Ich esse schon die ganze Zeit nix mehr. Ich kau auf Schnee. Hat immer noch Gläser. Ja, ich, aber ich will grad eine rauchen. Das ist nicht gut. Äh, Apo, hattest du schon die Dinger da, ähm? Äh, hast du noch nicht gemacht, so gut. Aber du weißt, was ich meine, ne? Nein. Na gut. Na, hier für Glas machen. Du meinst die Muld für die Gläser. Ja. Nein, hab ich noch nicht. Okay. Ja, wollen wir die Nacht noch abwarten und dann gehen wir morgen auf Beute-Zucht, dann sammeln wir noch ein bisschen was zu essen und sowas? Oder wollen wir das machen? Doch, könnte immer. Könnte immer. Ja, weiß ich ja nicht. Oder willst du heute noch los? Na, ist 8 Uhr nochmal, so, so. Zeit auf jeden Fall ist dafür da. Ich meine, fressen brauchen wir auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Achst du hier am Feuer? So, was machen? Nee, kannst du machen. Schön, wir machen Wasser. Äh, was soll ich jetzt machen? Ich muss doch erstmal Holz machen gehen hier. Geh mal Holz machen. Achso, hab ich schon gesagt, dass ich Handfeuerwaffen bauen kann? Nicht schlecht. Eigentlich schon ein Game, warte mal. Okay. Danke, alles für den Arm. Okay, halt dafür. Was denn das? Darf ich? Ah ne, okay, ein Teil fehlt aber. Naja, das werde ich noch finden. Aber herrscht den Kaiser auf jeden Fall schon. Tobi, willst du noch am Wasser machen? Ja. Ich bring dir gleich nochmal drei Flaschen mit. Achso. Ich habe eine Flasche. Ja, dann los. Er ist schon gerade dabei. Das kannst du unten reinschmeißen. Wo ist ganz unten? Wo ist ganz unten? In den Keller oder was? Wieso hast du nur da Sand drinne? Was? Was? Mal über. Ich dachte das verbrutzelt wird. Flasche, Flasche liegt hier drinne. Flasche leer. Ja. Ah, ich komme gleich nochmal und hole nochmal Wasser. Ah, ich komme gleich nochmal und hole nochmal Wasser. und nope. Feuerachs wär gut! Feuerachs! Ja, so'n ding hab ich! Dann wieder Holz machen gehen. Wie krieg ich denn beim Blut wieder hoch? Äh... Was? Echt mit Painkillers? Ja, geht auch. Naja, bei Painkillers auch nicht. Das geht auch nur mit Dings, oder nicht? Was? Mit den Bandagen. Mit den großen... Nein, auch mit Painkillers gehts auch wieder hoch. Zwar nicht so schnell, aber es geht wieder hoch. Es fällt immer wieder runter. Warum? Ja, weil du bist vergiftet oder so. Ja, ich hab Durchfall. Scheiße. Was los? Ja, wollte grad sagen. Ja, wie krieg ich das weg mit... 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 mit was? Na, mit Tee. Wie mach ich mir Tee? Boah, ist ne gelbe Pflanze. Das ist ne gelbe Pflanze. Ja. Wo find ich die? Oh, wo? Auf der Berg. Da wo es grün ist am meisten. Da wo die grünen Bäume sind. Boah, hier auch. Da wo was? Wo es grün mehr ist. Nicht so hier wie... Ach so was hier. Die hier sind ja alle so pink, ne? Ach stimmt. Du baust doch wieder dein Wasser-Basin auf, ne? Ja. Ja du, wie hast denn das Wasser da eigentlich reingekriegt? Ich bin ne Eimer. Ja. Probier nicht wie ein Eimer baut. Hast du nicht empfunden, Leute? Wie sieht denn so ne gelbe Pflanze aus? Sieht man das richtig, oder? Jaja, das siehst du richtig. Also sie ist richtig Queetschcape. Scheiße, ey. Aber kannst von Glück sprechen, dass ich noch zwei in der Tasche hab. Was? Golden, äh, Golden Flower, also Golden Road Flower. Echt? Habe ich in der Tasche, ja. Weißt du wie lange ich schon Durchfall hab, Alter? Das ist schön. Kannst auch dran sterben, ne? Ja, ich... Ich glaub hier auf dem Server nicht, aber... Ja, meine Ausdauer geht dann da unten runter. Ja, das ist nicht schön, ne? Ich hab jetzt wieder keine Ausdauer. So. Wir sind alles kaputt gebrochen. Wieso ist das hier zusammengefallen? Hahaha. Der Abstand war zu groß. Wie mach ich jetzt Tee? Wo hast denn das Zeug? Äh, du musst das Zeug nehmen und dann ne Wasserflasche, noch. Warte, mach ich schnell. Haben wir oben einen Kochtopf? Äh, der Kochtopf ist unten. So, werden wir noch ein bisschen, werden wir noch ein bisschen craften hier. Und der Pommes macht hier wahrscheinlich ein Meisterwerk. So wie das aussehen. Was wird das hier? Das neue Kolosseum oder was? Ja, natürlich. Läuft. Dann haben wir hier noch... Abu. Da kocht grad nen Tee. Abu kocht grad Tee und baut sich hier grad einen schicken Brunnen. Und das sieht ja natürlich auch schon sehr nett aus. Und wir gucken mal, äh, was in der nächsten Folge so passiert. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir dann mal so ein bisschen unter die Leute gehen. Und die Leute mal ein bisschen aufmischen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mit dem Abu, mit dem Dobi und Pommes und bei der Wenigkeit. Also haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.